Du willst Musikstreaming offline hören? Mit dem mega starken Audios 2023 ist die Aufnahme von Musik in hochauflösender Qualität einfach und intuitiv. Hier zeigen wir dir die brandneuen Funktionen. Du bekommst sie mit Audios One oder Audios Music. Bei vielen Musikstreaming-Diensten hast du die Wahl zwischen unterschiedlichen Qualitätsstufen und Geschwindigkeiten. Audios kann in bis zu 30-facher Geschwindigkeit und in bis zu 192 Kilohertz aufnehmen. Um ferngesteuert von der App des Streaming-Dienstes aufzunehmen, kopiere die URL des gewünschten Albums in Audios. Alternativ kannst du dich im Browser bei deinem Musikdienst einloggen und von dort mitschneiden. Auch hier ist eine Auswahl der Qualität möglich. Ist in Audios alles vorbereitet, spiele die Musik vom Browser ab. Audios wird sie erkennen und als separate Lieder speichern. Die Aufnahme aus dem Browser ist eine gute Alternative, falls die Aufnahme aus der App mal nicht funktionieren sollte. Die fertigen Dateien siehst du in meine Musik. Du willst noch mehr Musik von einer bestimmten Band bekommen? Dann vervollständige deine Sammlung hier. Lege fest, welche Streaming-Dienste Audios durchsuchen soll. Deinen Lieblingsdienst kannst du nach oben schieben, dann werden seine Inhalte bevorzugt angezeigt. Gib eine Band ein. Jetzt siehst du, wo welches Lied verfügbar ist. Du kannst die Musik abspielen, gleich aufnehmen oder als Links speichern. Du siehst sie dann wie gewohnt im Player rechts auf deinem Bildschirm. Oder wähle eines der vielen Genres aus und lasse dir die Lieder und Playlists an. Audios bietet aber auch die aktuellsten Chart-Hits. Du findest sie unter Topcharts. Audios findet automatisch alle Lead-Tags wie Lead-Titel, Band, Jahr und Cover. Bearbeite sie bequem wie nie zuvor in der neuen Ansicht. Hier bekommst du auch Tags vorgeschlagen oder kannst die Suche nach Tags nutzen. Bei großen Musiksammlungen spart die Massenbearbeitung viel Zeit. Du wünschst eine Ausblendung am Ende eines Liedes? Mit dem neuen Audioschnitt-Editor ist das kinderleicht. Füge Ein- und Ausblendungen ein oder schneide das Musikstück. Audios unterstützt bis zu 192 kHz. So schneidest du präzise bis auf einzelne Samples. Zum bequemen Bearbeiten kannst du dich hier schnell durch die Liste deiner Lieder klicken. Bei langen Audioaufnahmen ist es manchmal notwendig, eine Sequenz herauszuschneiden und als separate Datei zu speichern. Das geht in wenigen Klicks. Aber das war nicht alles. Audios ist in weiteren Anwendungsfällen nützlich. Vielleicht möchtest du deine Musik auf anderen Geräten hören? Mit Audios kannst du sie einfach dorthin kopieren. Zu guter Letzt mit dem Converter kannst du Hörbücher umwandeln und damit auch sichern. Erstelle unter Playlists eigene Playlists und in Dateien siehst du alle Audio- und Videodateien auf deiner Festplatte. Audios ist dein einfacher und leistungsstarker Streaming-Recorder, Player und Editor.